Iris Klein spricht nach ihrer Teilnahme bei »Promi Big Brother«, endlich Klartext. Hinter Iris Klein liegt ein turbulentes Jahr. Der öffentliche Rosenkrieg mit ihrem Ex-Peter und seiner vermeintlichen Flamme Yvonne Wölke sorgte monatelang für Aufsehen. Umso überraschter waren die Fans, als bekannt gegeben wurde, dass nicht nur Peter, sondern auch Iris an dem TV-Format »Promi Big Brother« teilnehmen wird. Da Peter zum Start-Cast zählte und Iris erst später kam, waren bislang alle davon ausgegangen, dass sie kurzfristig angefragt worden war, doch dem ist nicht so. Laut Iris sei sie vor Peter gefragt worden, ob sie bei »Promi Big Brother« dabei sein will. Dass sie trotzdem erst nach ihm einzog, scheint die 56-Jährige bis heute zu beschäftigen. Bei Instagram schreibt sie, »Schade, dass ich erst zwei Tage später einziehen durfte und ich auch vorher mit niemandem Kontakt aufnehmen durfte, aber was soll's.« Nach »Promi Big Brother« gibt es ein liebes Comeback bei Peter und Iris. Dennoch scheint Iris dankbar für ihre Show-Teilnahme zu sein. Bei Instagram resümiert sie, »Kurz vor meinem Einzug ins AdPromip war ich noch so nervös und hatte solche Angst, etwas falsch zu machen. Doch ich glaube, dass ich es nicht getan habe, denn euer Feedback war gigantisch und das tat mir sehr gut. Darum hier nochmals an alle lieben Menschen da draußen. Danke für eure Unterstützung und eure lieben Worte. Rotes Herz, eine verrückte Reise hat nun ein Ende. Aber wie ist denn nun das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann? Bei Instagram erklärte sie kürzlich, »Peter und ich haben bei der After-Show-Party gesprochen und uns am Ende auch umarmt. Wir versuchen, normal miteinander umzugehen. Auch wenn sie sich wieder besser verstehen, sei ein liebes Comeback ausgeschlossen. Der Zug ist durch. Wenn das Vertrauen weg ist, ist keine Beziehung möglich, das mache ich nicht. Dazu kommt noch, dass die Reality-TV-Bekanntheit ja auch schon ihren neuen Freund Mr. T. hat. Der sei aber tiefenentspannt, selbst wenn sie und Peter sich im Container wieder näher gekommen wären. Er hat gesagt, wenn Peter und ich uns geküsst oder in einem Bett geschlafen hätten, wäre das in Ordnung. Scheint, als könne im Leben von Iris Klein endlich Ruhe einkehren.